Neus und der München München ist mehrsprachig Mein Name ist Gabriela Mein Name ist Patrick Mein Name ist Alexandra Mein Name ist Philipp Wir sind von der Initiative der rumänischen und deutsch-rumänischen Familien in München und hier dabei sind die Kinder der Gruppe Cirecai Ich spreche Rumänisch, weil ich in Rumänien geboren bin und spreche Deutsch, weil ich seit 30 Jahren in München lebe Ich spreche Rumänisch und Deutsch Ich spreche auch Rumänisch und Deutsch und ich auch Ich heiße Sophia Ich heiße Joana Dich Felix Und wir sprechen immer in Rumänisch Deutsch Und wir wohnen in München Salut Wir sind Joana und Robert München ist orașul in care locuim Und ich spreche Deutsch und Rumänisch und ich bin in München geboren Reprezentam Grupa de Joacă Voinicel din cadrul Cercului de Română München Un verziel ist die rumänische Sprache Kultur und Tradition zu Pflege und diese mit der Münchner Gesellschaft zu Teilen Jobs Saudi Und Das ist die Ich fühle mich Das Aber Dar